Und damit recht herzlich willkommen zurück bei Uncharted, das Grab von Henry Avery und wir versuchen einen Piratenschatz zu finden. Wir sind jetzt im Schottland mit unseren zwei Brüdern und jetzt schauen wir doch mal nach Sam. Ich musste deinen Tod verarbeiten und er war frustriert, dass er den Schatz nicht fand. Naja, als ich fort bin, hätte er mich wohl am liebsten umgelegt. Überleg mal, was er dir jetzt antun will. Ja, lieber nicht. Oh je, wo müssen wir denn jetzt schon wieder lang krapseln? Bruder, wir runter? Yay! Sam, hör zu, er ist skrupellos. Noch schlimmer, als er es im Team mit uns schon war. Ich kenne Geschichten. Glaub mir, ich auch. Noch ein Grund, warum ich kein schlechtes Gewissen habe. Hm. Wo müssen wir denn lang? Müssen wir da runter, Sam? Ja, suchen wir einen anderen Weg nach unten. Schlecht. Huh? Ach, guck mal, hier. Können wir da? Das ist bestimmt jetzt der sichere Tod. Das wäre nicht ein Let's Play von Peanut, wenn wir gleich sterben, oder? Ja. Das muss in jedem Anfang gleich mit dabei sein. Weiß nicht. Wie wir runterkommen? Weil da hinten steht irgendwas, ne? Wie kommen wir denn runter? Bruderherz, du könntest uns nochmal helfen. Wie kommen wir denn runter? Können wir uns da dranhängen? Können wir da drüber ruddeln? Nee. Uh, uh, uh. Genau so macht man das bestimmt auch. Ah, guck mal, hier sieht gut aus. Hier sieht gut aus. Das sollte halten. Oh, gute Idee. So, jetzt steilen wir uns hier ab. Oh, wenn hier schon so Muni-Pistolen angezeigt werden, komm, geh halt runter. Hallo? Achso, Kuh und, nee, andere Richtung. Jetzt. Zeugs. Ausgrabungsausrüstung. Schorlein? Schorlein? Was? Da. Ich dachte, die wären an der Kathedrale. Scheiße, runter! Oder auch nicht? Hubala! Da. Ruhe hier. Okay. Alles okay. Ja, sehr erfreut, Schorlein. Wir haben uns wohl erwartet. Wer ist denn Schorlein? Wir sind fernab der Kathedrale. Weshalb wir zu diesem Friedhof müssten. Sofort. Ganz genau. Sofort. Ah, da müssen wir dann. Bruder, ich hoffe, du weißt den Weg. Warum habt ihr nicht neben der Kathedrale gesucht? Ja, das haben wir. Ein bisschen, aber der Hort ist riesig. Wenn man nicht weiß, wo, ist das die Nadel im Heuhaufen. Ah, müssen wir da hoch? Okay. Bruder, der Sprengsatz im Heuhaufen. Ei, ei, ei. Oh, können wir nicht mal die Kisten hochlegen? Wir hatten mehrere Wohnquartiere. Das Größte natürlich beim Friedhof. Tja. Zentral gelegen. Ah, guck mal. Mehr Schorleinausrüstung. Wie öffnen wir diese Tür? Weh, wir waren da platt. Können wir jetzt da rüber? Ach so, wir hätten wahrscheinlich... Ah, naja, so geht's auch. So, geht's auch. Huch. Lass mal los. Okay. Können wir nix mitnehmen? Können wir nix loten? Sehr unbefriedigend. Was müssen wir jetzt eigentlich machen? Was müssen wir jetzt eigentlich suchen? Jungs. Wo ist hier? Geht's aber tief runter. Wo müssen wir denn hin, Jungs? Jungs. Habt ihr einen Plan? Ich nehm mich nicht. Oh, hier ist irgendwas. Dein Schatz. Na, darunter wahrscheinlich nicht. Okay. Und jetzt? Und jetzt und jetzt und jetzt, Bruder. Wo müssen wir hin? Kommen wir da her? Huch. Jetzt nixen randaliert. Wann sie sich da hoch? Nö. Ah, warte mal. Was ist denn hier? Da ist irgendwas. Na, wollen wir wetten? Yep. Dynamit. Hey, sei vorsichtig damit, ja? Können wir noch mehr mitnehmen? Huch. Ich hole. Huch. So geht's auch. Laut. Das war's. Ich hab' nicht geplant. Hoffentlich ist das in den Explosionen untergegangen. Uhuhu. Sieh mal. Da ist ein Weg durchs Dach. Das ist zu hoch für eine Räuberleiter. Hey, wir können die gelbe Kiste nehmen. Welche gelbe Kiste? Welche gelbe Kiste? Bruder, die? Nö. Ach, die gelbe Kiste. Ja, wie willst du denn die da rüberbringen? Ah. 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 Damit können wir rausklettern. Ich habe verstanden. Bruder, geh weg. Mit. In das Tür. Du machst das echt ganz gut. Ich hab' in den letzten Jahren einiges in die Luft gejagt. Jetzt häng' ich an der Lampe fest. Ah, Menno. So. Er war fragil hier. Ich gucke mir die jetzt darunter. Hoch. So. Hopp. Verstecken. Wie war's jetzt auch noch verstecken? Ich muss hier Kisten schieben. Jetzt kommen ja auch noch irgendwelche Kasper. Ah. Ah, shit. Sind denn die? Da oben. Warte mal, wo sind denn die anderen? Oh. Soll vielleicht mal in Deckung gehen, Nathan. Very good idea. Oh, das sind aber viele, das sind aber viele, das sind aber viele. Ich stehe einfach hier so rum. So macht man das auch, wenn man schießt. Wobei keine Muni mehr, das ist nicht schlecht. Das ist nicht so gut. Hab's ihr Muni? Wenn du etwas findest, sag Bescheid! Mach ich! Gebt ihr Bescheid! Nein, nein, nichts! Du kannst dich nicht vor mir verstecken! Doch, kann ich! Mit ganz viel Köpfchen habe ich freigeschaltet die Errungenschaft. Okay. Gut gemacht. Du bist der Böse. Ja. Verschwinden wir, bevor jemand nach denen sucht. Ah, jetzt aber. Ah, hier. Muni ist immer gut. Wer weiß, wie viele noch kommen. Ah, jetzt aber. Überall diese Gegner. Soll ich das auch mitnehmen? Ah, nee, wir sind voll. Äh, äh. Ups! Ich bin mal ein bisschen über den Düber gefahren. Ja, mein Gott! Bisschen Schwund gibt's immer. Kommen wir jetzt dann hoch? So, los! Auf geht's! Kupf mal da hoch. Sehr gut. Wo muss man jetzt hin? Können wir's mitnehmen? Sehr gut. Ups! Er ist auch alles so fragil. da läuft's einmal kurz vorbei und schon... Halt alles um. Oh, je! Wo müssen wir denn endlich hin? Immer wenn ich... Ich springe immer einfach drauf los und dann... Wo müssen wir eigentlich hin? Oh, ja. Ich glaube da hin. Äh, warte mal. Da? Ah. Benutze den Haken. So. Nein! Nein! Oh, scheiße! Nathan! Habas! Woa, wosie! Ja! Scheiße! Ha, ha, ha! Nathan, alles klar! Zahra! Oh Gott! Irgendwie war die Boogie gut, ja. Was bist du denn? Von mir hast du das gelernt. Schön, dann lass mal sehen. Was ist denn jetzt da wieder? So baumart. Siehst du? Ziemlich tollpatschig. Ah, ne. Oh, scheiße. War das Spiel so gnädig? Ja. Hä? Hä? Okay. So. Oh Gott, wie anstrengend. Sam, die Leiter da. Ich komm nicht dran. Okay, warte. Ich komm rüber. Also Sam, jetzt. Und, hol mich jetzt hoch. Tschüss Sam. Los, ich zieh dich hoch. Na toll. Na toll. Nein! Ach, Bruderherz. Warum? So. Und noch mal. Hopp, hopp, hopp. So. Schmackes. So. Zieh. Da ist er. Der Schlafraum der Mönche. Nur ein paar Katzensprünge entfernt. Paar Katzensprünge. Sagst du sowas nicht. Oh, was für ein Stress hier. Runter geht's! Yeah! Chororino! Es brennt. Es brennt. Der Bobo brennt. Ach du Kacke. Dieses rumgehampelt. Ja, das macht voll Spaß. Voll. Ja, ich muss pinkeln. Ja, ich muss pinkeln. Wie ging es weiter? Hat die Revolte beendet? Dank uns konnte er sie eindämmen. Aber als das Geld ausging, hatten wir keinen Grund mehr dafür. Weil schießen? Aber es ist so schlau, wenn man da hängt zu schießen. Aber ich habe ja nie gesagt, dass es schlau ist, was ich tue. Ja! Nie! Nie! Können die vielleicht wieder aufwarten? Schütteln sie Gegner, denen sie unbekannt von dort fliehen, wo sie entdeckt wurden. Okay. Vielleicht checken die das ja nicht, wenn wir jetzt hier hängen. Läuft, oder? Ai, ai, ai. Das ist ja jetzt hier eine Folge. Ach, dieses Klettern. Das macht mich ganz körre. Seid ihr jetzt weg, Gegner? Wollte mal gucken, was dann passiert, Sam. Die schließen die ganze Zeit. So. Ich habe jetzt bald keine Muni mehr. Den komme ich nicht an den ran. Die sind denn da. Sag mal. Die sind denn da. Jetzt haben wir keine Muni mehr. Ja, schlecht. Haben wir noch eine andere Woche? Die können wir jetzt wahrscheinlich benutzen, oder? Okay, wir können sie müssen runter. Geh da rüber und seh nach. Wir hätten mich sowieso erschießen. Bin ich mir sicher. Weil ich kann ja eh kein Frieden. Haben wir alle jetzt? Oh, was ist denn das da hinten? Dynamit. Ach ne, warte mal, die will ich eher. Weil das ist so ein... Huh? Hängt der Sam da noch? Ja, der hängt da noch. Der lässt wieder alles uns machen, ne? Bruder. Was ist denn du für einer? So ein bisschen, dass ich das besser sehe. Haben wir jetzt alle? Nein, Stress hier. Wir wollten doch nur ein bisschen... Meinst du? Meinst du, das hat jemand gehört? Glaube ich nicht. Was ist denn da drauf? Schön, dass hier... Also natürlich wäre hier auch für die Sneaky und Piki und für die super Talentierten, dass man hier ganz langsam langläuft, aber... Das kann ich halt nicht. Wahrscheinlich hast du ja auch schön Dynamit schmeißen können und so. Naja. Wir haben es auch so hingekriegt. Nicht schön, aber zielführend. Nein. Okay, ich weiß zwar nicht, wo wir hin müssen. Soll ich hier wieder hochklettern? Hier sieht es so kletterig aus. Bruder, hängt er jetzt eigentlich immer noch da hinten? Sam, bist du jetzt eigentlich mal mitgekommen oder hängst du immer noch an der Kletterwand? Huch. Huch. Naja. Das würde er jetzt schon überlebt haben, ne? Jetzt hat er Lust, der hängt ja immer noch. Huch. Ein Zaun, weißt du, und wir stehen davor. Sam, Luft ist rein, kannst drunter kommen. Nö. Wo ist er denn jetzt? Sam? Ach hier. Bruder, ich habe dich gesucht. Wo warst du denn? Hinweis. Das klappt ja immer nicht mit diesen komischen Hinweisen. Halt dein Hinweis. Gehst du jetzt nicht da hoch? Oh, voll. Äh. Rudi? Ach da. Geh einfach hoch. Ja. So, Sam. Und jetzt? Wo geh mal lang? Ich weiß es nicht. Ich habe keinen blassen Schimmer, wo wir hin müssen. Bist du da die Wand hoch? Sieht schon wieder so, so, so kletterig aus. Oh, ja. Da ist schon wieder so ein, mein Liebling. Wir hängen uns irgendwo dran und baumeln durch die Gegend. Teil. Ich habe es vermisst. Nicht. Okay. Geronimo! Hoffentlich hält es da. Uh. Oh, das war zu tief. Nice. Warum nun? Wer hat sich das ausgedacht in dem Spiel, ey? Ein Sadist. Nein, ich bin schon wieder zu tief. Ich bin schon wieder zu tief. Brummelkram, ey. Gott, ey. Meine Nerven, Leute, meine Nerven. So. Hopp. Kleines Kletteräffchen. Da ist doch ein Bild. Jippie. Direkt hinter diesen Mauern. Direkt dahinter. So, wie kommen wir jetzt da hoch? Das ist zu weit weg. Ja, okay. Bruder. Yay! Oh. Was passiert denn? Ach. Let's go! Naisy. Hallo? Ist da noch Muni? Nee, ich kann mich nicht aufnehmen. Oh. Was für eine Aussicht. Ja, die ist grandios. Hm. Da kommen wir nicht hoch. Da werden wir jetzt wieder runterrollern. Na? Außer ich versuch's nochmal wie so ein kleines blödes Äffchen da rüber zu springen, aber ich glaube, das schockt mir nicht, das ist gerade zu. Ah, tschüss. Nein, 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 nein! Ich wollte es nur testen. Hm. 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 Wir sind an den Seilen, äh, an den Seilen, an den Säulen hier. Nee, da kommen wir aber nicht hoch. Bruder, du könntest doch mal uns helfen. Ah, warte mal. Bruder, hast du nicht mal einen Tipp? Wie kommen wir denn jetzt da hoch? Hm? Wenn wir da drauf springen, und jetzt? Ah. Weiß jetzt nicht, ob wir da hinkommen. Ich glaube nicht. Nein! Bleib stehen! Jason! Stop! Ah, guck mal. Das sind auch so Markierungen. Boah, das ist ja hier, ist ja hier gemein. Da haben wir Markierungen, Nathan. Guck mal. Da kannst du bestimmt hoch springen. Du musst nur um die Ecke kommen. Nee. Ich verstehe das nicht. Also, die Wegführung ist mir nicht immer so geläufig, wenn ich ehrlich bin, ne? Müssen wir so, hier so? Cool. Das ist voll cool. Oh, Gott. Oh, Gott. Haben wir's? Und now? Und now? Wir müssen bestimmt da rüber, oder? Wie machen wir das? Bestimmt so? Nein! Was? 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 Genau so macht man das. Nicht wahrscheinlich, aber wir sind drüben. Oh, Gott, ich muss mal kurz durchatmen. Genau. Durchatmen. Durchatmen. Noch mehr so Rutschpartien und Kletterpartien. Leute, ernsthaft. I hate it. Ernsthaft? Können wir da irgendwie hoch? Wenn wir jetzt wieder so... Oh, Mann, ey. Ja, bestimmt so vormschön. Und ich glaub zwar nicht, dass es richtig ist, wie wir das gemacht haben, aber egal. Ah, guck mal. Warst du schon mal Bungie-Springen? Nein, aber das hier ist klar besser. Oh, wo müssen wir denn hin, Leute? Das hast du also all die Jahre gemacht. Durch Ruinen hüpfen. Ja, das und erschossen werden. Erschossen werden? Ja, da fühlt sich so bei... Wir schlagen. Wir treten. Okay, okay, verstehe. Wir messern. Drogen. Oh, Gott, Leute. Oh, nee! Ich weiß nicht, wo wir hier müssen. Ich weiß gar nicht, was wir hier treiben müssen. Ich weiß gar nicht, was wir hier sind. Oh, okay. Tief durchatmen. Tief durchatmen. Also wir müssen jetzt dann hier wahrscheinlich... Oh, nee, das war nicht so geplant. Ich wollte ein bisschen mit Schmackes. Darfst du das lesen? Ja, sehr gut. Ich bin begeistert. Wir müssen höher. Oh, nee, das ist ein bisschen höher. Ich hoffe, das Rutschen ist vorbei. Deine Hose ist voller Schatter. Ah. Naja. Wo nicht? Ganz. Da ist das Schlafraumtot. Ah! Gott, Leute, nicht euer... Oh, mein Gott. Ey, boah, boah, boah. Ah, Pini. Also wir müssen irgendwie da hoch. So. Uh! Nee, andere Seite. Nice. Andere Seite. Und jetzt mit Schmackes. 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 Oh, sehr gut. Das hast du sehr gut gemacht. Ich bin begeistert. Mal da. Ja, sehr gut. Sehr gut. Oh. Und jetzt? Hat nicht viel gebracht, oder? Die Kletteraktion. Ach, du Scheiße. Ich weiß, was die Kletteraktion gebracht hat. I hate it. Oh. Das habe ich geschafft. So, Leute. Und das machen wir jetzt im nächsten Teil. Wenn Sam... Na? Sam und... Das sieht bei dir auch nicht formschöner aus, als bei uns. Daran könnte ich mich gewöhnen. Naja, vielleicht lieber nicht. Wir schauen da mal im nächsten Teil weiter. Ob wir den Piratenschatz finden. Und ob wir noch weitere wilde Kletteraktionen machen. Whatever. Ja. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. 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 Ciao.